Ich bin Anna, Köchin bei Dietrich von Plessen auf Neuhof. Ich habe gerade Zutaten besorgt für eine Erbsensuppe, um meine Herrschaft zu verwöhnen. Gestern ist bei uns etwas Schreckliches passiert. Es war ein warmer Sommerabend im August 1534. Die Gefolgschaft des Raven von Barnekow auf Golchen und seine Helfer zu Gustevel und Purvasdorf haben uns hier überfallen. Sie haben meinen Herrn geschlagen und in Fesseln gelegt und inhaftiert, um ihm einen Eid abzunötigen. Auch haben sie ein Feuer gelegt. Hier sieht man noch den Ruß an der Wand. Man sagt, es ginge um einen Grundstreit. Aber jetzt muss ich mich beeilen. Ich muss weitermachen. Ich muss Teach. Also soll ich mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Man sagt, es ist noch will. Du, du, du.